Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir den Wald erforschen. Wir sind hier natürlich in einem tollen Wald drin. Und hier zum Beispiel haben wir eine exotische Pflanzenart. Komm, ich bin mal drauf. Eine exotische Pflanzenart. Das ist das ABC.D. Das ist eine ziemlich exotische Pflanzenart. Die gibt es nur in Süddeutschland. Wie man hier erkennen kann, das ist eine Tanne. Eine schon etwas ältere. Man sieht, die Bronze geht schon weg hier. Gehen wir mal weiter. Hier sehen Sie, das ist schon etwas abgestorben. Das ist halt die Natürlichkeit der Menschheit und so. Hier sehen Sie auch ein wildes Wesen. Ein Metallstab hier. Sie können es mal ein bisschen antatschen. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen... Genau. Dann sehen Sie hier überall Steine aus Südfrankreich extra anfertigen lassen. Ganz viele Steine. Und hier ist auch aus Südfrankreich Steine. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig mit Steine. Gehen wir mal weiter. Ja, kommt mit. Hier, oh, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist eines der Tierarten, die unter der Erde lebt normalerweise. Hier zeigt es sich mal an der Oberfläche. Es ist ein Stein aus Südfrankreich. Und was haben wir hier? Da hat, glaube ich, irgendein Schwast seinen Müll weggeworfen. Das... Netox. Wer? Netox. Wer ist Netox? Ja, klar. Hier ist zum Beispiel auch eine Plastiktüte. Das gehört zum Lebenskreislauf dazu. Und Dinge passieren. Das waren Menschen halt. Das sind nicht Menschen, das sind von Tieren. Ach so, die Tiere sind die. Hier sehen Sie, hier sehen Sie, das sind kleine Holzdinger, die sind wahrscheinlich von diesem Menschenabfall. Und sonst, ich glaube, das war es mit unserem Wald. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.